Willkommen zum Frequent Traveller TV in der heutigen Ausgabe. Ihr habt es ja schon gelesen. Es geht um Lufthansa Malzermoor. Es bleibt alles eigentlich wie es ist. Also vorerst, erst mal. Und ich habe geschrieben, ja gerade jetzt sollte man auch den Senator, den Horn Circle machen. Was ist passiert? Ganz einfach, die Lufthansa hat eine E-Mail rausgeschickt. In der E-Mail steht halt ganz klipp und klar drin, dass man den Start selbst zu 2022 nicht mehr hinbekommt. Die Regeln, die ja eigentlich schon vorher in Kraft treten sollten, dann durch Covid verschoben worden sind, sind dann erst mal, ja jetzt auch für 2022 verschoben worden. Also auf eher unbestimmt, ich weiß es nicht. Der Grund ist wahrscheinlich wohl bei der Lufthansa ganz normal das Geld. Im Moment ist ja das so, dass die Lufthansa im Winterschlaf ist, so hat Carsten Spohr das genannt. Und ich finde, das ist auch ein sehr, sehr treffender, ja es ist ein sehr, sehr treffender, ist eine Bezeichnung, die man da so nehmen kann, weil es einfach das beschreibt. Man hat Leute in Kurzarbeit geschickt. Viele Leute haben sich mit dem Thema dann nicht weiter beschäftigen können in der Intensität. Und vor allem auch Gelder sind ja gestrichen worden. Alles, was nicht essentiell ist im Moment, wurde gestrichen. Und das ist ganz klar das, was die Lufthansa gemacht hat. Und Miles and more, ey sorry, nur damit man einen Lifetime-Status jetzt bekommt, weil man so lange schon den Horn oder den Senator hatte über die Regelung mit den Punkten, wäre schön gewesen, ist aber leider nicht so. Was heißt das jetzt? Es heißt einfach, dass die alten Regelungen so bleiben, wie sie sind. Das heißt also, es wird nichts geändert, man kriegt genau die gleichen Meilen wie vorher, Lounge-Zugänge und so weiter werden weitergegeben, bis auf die Änderungen, die schon für den Mai kommuniziert worden ist. Das Catering wird geändert, aber was die Meilen betrifft und so weiter, da bleibt es gleich. Das Einzige ist, was man sich anschauen muss und das ist halt das Spannende, ob die Lufthansa anfängt eine Promotion zu fahren. Es wurde ja immer wieder von Lufthansa verneint, dass es einen Fast-Track geben wird. Das heißt also, es wird nichts geben, wo man, wenn man keinen Status hat, dass man da die auf einem schnelleren Wege erreichen kann. Wenn man darauf hofft, dass es eine Challenge gibt, eher semi wahrscheinlich. Das Einzige, was halt passieren wird ist, und das war ja auch die Aussage von Joost Grewe bei der Lufthansa, warum sollen wir Bestandskunden schlechter stellen als Neukunden? Das macht ja keinen Sinn in seinen Augen, dass so das, wie ich das im Gehör habe, also so hat er sinngemäß gesagt. Und ja, das finde ich auch fair, also für jemanden, der den Status nicht hat, hey, du musst was bringen, also du musst Geld auf den Tisch legen. Aber trotzdem glaube ich, dass der Lufthansa-Status an Wert gewonnen hat. Warum hat der Lufthansa-Status an Wert gewonnen? Ganz einfach deshalb, weil er einfach nicht verschenkt wird. Das heißt also, weil der Status etwas ist, was einen Value darstellt, und man sieht ja auch, wie viel Mühe sich die Lufthansa im Moment gibt, und da muss ich halt wirklich ein großes Lob aussprechen, man kommuniziert mit den Kunden, es werden Regelungen wirklich vorzeitig genannt. Also man hat jetzt ohne Not gesagt, hey, 2022 wird auch nichts. Also, ja, das ist etwas, was man sonst von der Lufthansa nicht kannte, und ich glaube, dass diese Loyalität halt keine Einbahnstraße ist, und dass es bei der Lufthansa wirklich so gelebt wird. Warum ist es schade, dass die neuen Regelungen nicht kommen? Schade ist es, wie ich schon sagte, wie im Lifetime, schade ist es ganz einfach, weil halt die Leute ein einfaches System haben. Also es wird ja nur noch nach zwei Regionen in dem neuen System unterschieden, innereuropäisch und außereuropäisch. Und da ist es halt egal, ob man von Frankfurt nach Nordafrika fliegt, also irgendwie sowas wie Marokko oder nach Tel Aviv oder sowas, oder aber wenn man zum Beispiel nach Tokio fliegt oder nach Los Angeles fliegt. Also das heißt, es wäre wirklich ein Vielfliegerprogramm, was kein Vielzahlerprogramm ist. Schreibt doch einfach in die Shownotes unten rein, was ihr davon haltet, ob ihr sagt, hey, ich finde die alten Regelungen voll toll, ich bin froh, dass sie weiter bestehen, oder ihr hättet euch über die neuen Regelungen gefreut. Ich persönlich bin da etwas gespalten, aber tendiere im Moment dazu zu sagen, hey, aufgrund der geilen Kommunikation von Lufthansa und auf etwas, das man sich dann verlassen kann, ist es so, dass man, ja, dass man auf diesen Status auch bauen kann. Viele Fluggesellschaften haben einen ja im Regen stehen lassen, beziehungsweise, ja, man weiß nicht ganz genau, wie es weitergeht, weil es da keine Perspektive gibt. Und insofern finde ich jetzt im Moment die Perspektive der Lufthansa sehr, sehr gut, weil man kann da wirklich bis 2023 mit arbeiten. Bei Eurobonus, wo ich ein Starlines Gold habe, hmm, da hört man nichts, da passiert nichts. Ja, die haben das auch sehr, ja, sehr sparsam kommuniziert, was überhaupt passiert. Also das heißt, man musste fast schon betteln, dass was passiert. Und deshalb ist mein Gedankengang wirklich jetzt zu sagen, Leute, geht auf den Senator oder geht sogar auf den Horn Circle. Und deshalb habe ich heute mit einem Kollegen gesprochen, mit einem Kumpel, mit einem Freund. Und wir haben beschlossen, ja, wir werden das Projekt Horn Circle 2021, 2022, also in den beiden Jahren angehen, in den 600.000 Meilen und werden da wirklich schauen, dass wir den Horn Circle machen. Und wir werden ja nicht hier bei Facebook Live, wenn wir das Ganze nicht auch medial begleiten würden. Das heißt also, wir werden da auch filmen. Wer mitmachen will, wer Fragen hat dazu, meldet euch gerne bei mir, am besten per PN oder einfach, ihr wisst ja, Telegram, ihr kennt das ja schon. Und vergesst aber trotzdem nämlich unten in den Shownotes, unter den Shownotes zu schreiben, was ihr zum Beispiel am neuen Status System der Lufthansa gut gefunden habt oder was ihr am alten System vermessen würdet oder hey, ich bin froh, dass das neue System nicht gekommen ist. Also egal was, schreibt uns eure Kommentare, wir freuen uns und wir werden euch updaten. Wir sind noch ein bisschen in der Vorbereitung für die 2021, 2022 Geschichte von Null auf Horn. Er ist allerdings Zen, also insofern wäre er von Zen auf Horn. Und da werden wir euch dann einfach weiter im Bilde lassen und das vor allem auch zeigen. Danke, dass ihr heute wieder beim Frequent Traveller TV dabei wart. Ich hoffe, dass ihr eure Fragen anstellt und wieder bei der nächsten Ausgabe dabei seid. Danke, bis bald. Danke, bis bald.